Hallo FC-Basel-Fan, wenn du neu hier auf dem Kanal bist, abonniere und hinterlasse dein Like, damit dir YouTube weiterhin die neuesten FC-Basel-News aus erster Hand bringt. Gehen wir zu den Nachrichten Basel ist schon seit einiger Zeit hinter dem 20-jährigen Verteidiger hier und will nun eine Million Euro zahlen. Damit erfüllt der 20. Schweizer Meister die vertraglich festgelegte Vertragssumme. Eine Übertragung scheint daher schnell abgeschlossen werden zu können. Die AD spricht von einer großen Geldsumme für die ADO. Nur fünf Spieler haben für den Verein mehr verdient als Van Bremen. Der junge Mann Decker feiert in dieser Saison sein großartiges Debüt bei ADO, wo er die gesamte B-S durchlief. Vor allem unter Dick Erdbekeert wurde er zu einer festen Größe. Van Bremen hat bisher 18 Spiele in der Kitchen Champion Division bestritten, davon 16 als Basisspieler. Beim FC Basel würde er der Teamkollege von Buterbürger werden. Die Schweizer stehen nach einem 1-2-Sieg über die Fiorentina kurz vor dem Finale der Conference League. Hinterlassen Sie Ihren Kommentar und liken Sie, damit YouTube Ihnen weiterhin die Videos aus erster Hand liefert. Es gibt einen Schritt die Stelle, damit Sie nicht mehr verletzen. Die Dichte aus der Schwarzbüge ist. Die Dichte aus der Saison und der Testschaft gefordert zu werden. Die Dichte aus der Saison sind sehr gut. Vielen Dank.